Hallerliche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Life is Strange Before the Storm. Ja, von der Schule suspendiert sein und am Samstag trotzdem die Julia in einem Spiel spielen, in einem Theaterspiel, Theaterstück spielen. Geht das überhaupt? Ja, wir werden es gleich erfahren. Oh man, da kann sie wieder nicht widerstehen. Hahaha, da ist sie. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Hey, hey, hey. Chica sieht, wow. Die mal in ordentlichen Klamotten, beziehungsweise in einem Vogelkostüm, aber hey, hey. Kann sich doch sehen lassen, die Chloe. Ja, wir haben hier das Skript, das sollten wir vielleicht mal durchlesen. Auf die Schnelle. Dankeschön, Rachel. Danke, Rachel. Miranda entschlummert. Hier, Herr, mein Diener, komm. Ich bin jetzt bereit. Na, dich, meine Ariel, komm. Auftritt Ariel. Ariel. Heil, große Herrin und Meisterin, heil. Ich komme, um deinen Wink zu dienen. Der Sturm, Akt 2, Szene 2, Prospero. Hast du, Geist, den Sturm? Hast du den Sturm, wie ich's befahl, vollbracht? Ariel. Ich entleerte das Schiff des Königs. Ich entehrte das Schiff des Königs in jeglicher Kajüte. Sprüht, ich verderben. Der Schwefeldampf, der Schwefeldampf, das laute Krachen schien den mächtigen Neptunus zu erschüttern. Prospero. Mein wackerer Geist. Wer war so fest, so standhaft, dass ihm der Sturm nahm? Ihm nicht die Besinnung. Ariel. Nicht deine Seele, der Sohn des Königs, Ferdinand. Er sprach zuerst, schrie, die Hölle ist los. All ihre Teufel hier, all ihre Teufel hier. Der Sturm, Akt 1, Szene 2, Prospero. Und sie sind unversehrt. Ariel fliegt zum Wrack und deutet. Ariel. Kein Haar gekrümmt, wie du befohlen. Zerstreut ich sie auf dem Eiland in Truppen. Dein Auftrag, Ariel, ist wohl erfüllt. Doch es gibt noch mehr Arbeit. Noch mehr Arbeit gibt's. Lass an, dein Wort, mich ahnen. Wie? Was machst du? Was kannst du fordern? Und so weiter und so fort. Oder müssen wir alles durchlesen? Oh, es ist die letzte Seite, okay. Meine Freiheit. Ehe deine Frist um, nichts davon. Vergib. Ich will mich deinem Willen fügen. Tust du das, so lass ich dich in zwei Tagen frei. Meine noble Meisterin. Huch. Verwandle dich in eine Wassernixe. Oder ist es eine Frau? Ich prosperere eine Frau, Meisterin. Wahrscheinlich ist es eine Frau, ja. Vielleicht ist sie das selber. Ähm, also, Rachel, äh, äh, Chloe. Komm zurück, sobald du dies getan. Jetzt rasch von hinnen. Ariel, ab. Elliot. Chloe, die Aufführung fängt an. Wir haben tolle Plätze. Wo bist du? Oh, du wirst schon sehen. Hihihi. Äh, ja. Dann. Verdammt. Hä, keine Schuhe an. Naja, wir sind ein Vogel. Was soll's? Wir brauchen keine Schuhe. Oh, hier, hat's noch was? Da haben wir noch was anzusehen. Denn es fühlt sich so, wie Steph mich ausmacht. Und es fühlt sich so, wie Steph mich ausmacht. Kennen wir schon? Es würde nicht ein Make-up-Mirror sein, wenn es nicht Make-up all over it hätte. Ja, das muss schon sein. Ich wollte gerade sagen. Wenn sie schon... Nehmen wir Tragödie. Ja, das ist doch schön. Interessant. Gut. Ins Tagebuch gekritzelt. Hier sind die Kostüme. Oh, hier ist es noch eine. Notiz. Looks like I'm late. As usual. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir mal raus. Oder geht's hier raus? Ist wahrscheinlich egal, wa? Ja. Es scheint egal zu sein. Oh Mann. Jetzt spielen wir tatsächlich mit. Aber immerhin. Mit Rachel an der Seite. Hier. Hier. Sees more questions. Thou art inclined to sleep. Tis a good dullness. And give it way. I know. Thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach. My Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walked to Rachel and say my line. So, wir stehen drauf. Dann reden wir mal. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit. Hast thou performed to point the tempest that I obeyed thee? Hmm. Most mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit, who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not at all. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. Die Hölle ist los, die Hölle ist hier. Cried, hell is here and all the devils are here because hell is here. Close enough. But are they, Ariel, safe? Alright. I guess this is what I'm supposed to walk somewhere. not a hair perished and as thou battest me, I have dispersed them about the isle. In Truppen. In? Trupps! Bravo! Aerial, thy charge exactly is performed. But there's more work. Mehr Arbeit? Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? Äh, was? Es reicht? Just send me away on my next errand. Please. Thine Eagerness doth merit a reward. I press thee once again. What's thy demand? Hm. Was war's? Freiheit oder Gleichberechtigung? Ich glaube Freiheit. My liberty. Thy liberty? Ja, genau. Richtig. Nay. This most of all I will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? Um, Aber are you lost? But thou assured my freedom. Didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion and friend is acting in my service not replete with excitement, amusement and delight? Of course, mistress. Most truly it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why I pray you wish you to be free? Aufregung vergeht. Excitement ages quickly and I fear if we set out in search of new fun, you'll tire of me and then I'll be alone. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. Then come with me. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend. For but a little longer I beseech continue in thy service to my schemes. And when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that in the name of liberties forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Say yes! yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've worked to do. Thanks, Chloe. Well done. An admirable effort. And the ending absolutely transformative. I am humbled. No problem. What the hell just happened? Was that real? Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! come forth, I say! On! As we could do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art. I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. shit. He's crying. Fetch us in fuel and be quick. So, slave, hence. Prescott. Fuck you. Where should this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No wench. It eats and sleeps and has such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor. Do you love me? Oh, heaven, oh, earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit, of what else in the world do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. go release them, Ariel. My charms I'll break, their senses I'll restore, and they shall be themselves. He's good, he's a very good show spieler. Now my charms are all overthrown, and what strength I have mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. not bad. Yeah, and the second setze of vols remains behind the vols. . . . . . Verrücktes Stück. Hab ich noch nie was von gehört. Nein, 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 nein. War das nicht lustig? Du bist so tot. Ja? Wie tot? Wie tot? Okay. Da ist er jetzt doch auch draußen. Und das, obwohl Chloe... Oh Mann. Die schon wieder. Die er Unglück verstrahlt. Und das, obwohl Chloe eigentlich von der Schule suspendiert ist. Hm. Was hat diese... Das schweißt er natürlich jetzt extrem zusammen. Ah, schweißt er... Er wurde... Er wurde... Er... 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 Die Musik ist einfach genial. Grandios. Ja gut, die ganze Last fällt einem natürlich von den Schultern, wenn man so ein Stück hinter sich hat, das kann ich mir schon vorstellen. Da ist man erlöst, wie nach der Führerschein-Beprüfung oder nach irgendeiner anderen bestandenen Prüfung oder nach irgendwelchen, ich weiß nicht, schwierigen Aufgaben. Wenn man die los ist, dann ist man high. Da fällt einfach eine Last von den Schultern. Das kann ich mir schon vorstellen. Machen wir Sorgen ja eindeutig, eigentlich eher erleichtert. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ich sag mal, ja, eindeutig. Ja, I feel really awesome. If you told me this morning, I'd be this happy tonight. You've gone through so much shit today. Right now is pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah, it was magical. Ihre Hand halten. Ja, warum nicht? Sie will es doch auch. Ich seh's ja daran. Sie will es doch auch. Oh, sie ist so schichtern. Hmm. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. Nein, ich habe so gedacht, dass das all day war. Aber das war... Nicht sagen, dass es nur ein verrückt ist. Du meinst es. Ich kann das. Du willst das. Ja, aber... ...eventuell. Lass uns jetzt gehen. Didn't wir bereits auf der Stelle agree? Wir können nur... Warum nicht? Um... Eltern... Na ja, gut. Die Eltern sind... Ja... Ihre Mama... Ja... Und... Chloes Mama... Äh... Ambers... Also Rachels Mama... Aber beide Väter sind ja kein Problem. Also ihr Vater... Ja... Drauf geschissen auf den Kerl. Und auf Chloes Vater... Ja... Auch drauf geschissen. Ist ja nicht mehr, Alter. Ich der Vater. Ist ja der Stiefvater. Mit einem Nirgendwo Geld... Haben sie auch... Oh... Die hat die Tausend von Frank noch. Hm... Mit einem Nirgendwo... Ja... Wohin denn überhaupt? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well... Can you or can't you? Hm... Ja schon. Ja... I can. That's hot. In other words... We've got transportation covered. Hm... Aber, aber... Die Eltern. I know our parents have been shitty. But... We can't just... Leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Hm... Deine Mutter braucht dich. Wouldn't it hurt your mom? She doesn't deserve that. Right? Right? I don't deserve to live in the middle of my parents mistakes. Right. Das stimmt natürlich auch. Of course you don't. Hm... Wie ist jetzt mein Geld? What about money? I thought you were a high rolling criminal now. Ich habe Geld, aber ich bin damit fertig. Ich habe Geld, aber ich muss es abgeben. I've got the money I took from Drew's, but... Rachel, I feel terrible about what happened. Maybe we can give it back. Or pay that Damon guy off. Yeah. Maybe. We'll figure it out, Chloe. Anyway. I've got more than enough to start us out. Well, I always get birthday money from my dad. Or should I say... Hush money. Oh man. Any more questions? Schweigegeld. Okay. Das gewonnen. Fine then, Drama Queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Hm... Die offene Straße Los Angeles oder New York? Das, meine lieben Freunde, werden wir erfahren. Und zwar in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, time to play hier bei Life is Strange Before the Storm. Ja, da werden wir uns dann hier eine Antwort überlegen müssen. Wie so oft hier in dem Spiel. Bis dahin. Macht's mir gut, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi. Kowski. Goddardムondä Nice. Don't die eine Mutg promises. Ich würde mich